Hallo, da sind wir wieder zurück bei TheCatLady und wir haben echt einen schlechten Tag erwischt. Ganz schlecht. Essen kaputt gegangen, alles irgendwie falsch gemacht. Tut mir total selber leid auch. Ach man, das ärgert mich. Na, komm. Wir bauen hier gerade eine... Nein, ich will das nicht untersuchen. Ich will das benutzen. Ein Vogelscheuche. Verbrannter Burger. Untersuchen. Ich würde mich nicht mal einen Hund geben. Und ich hasse Hunde. Haha. Das ist richtig. Und nicht mehr zurück, du schreckige Kreatur. Miss Scarecrow hier wird dieses Haus aus der Leidenschaft von dir. Deshalb, wir schaffen uns noch krass zu entspannen. Das ist mein ganzes Leben. Aber wie kann ich wiederholfen, was schon broken ist für Jahre alt? So far, nichts scheint zu gehen. Alle kleine Dinge ist gegen mich. Vielleicht ist es mein Besten, zu verlieren, nachher alles. Und jetzt sind die Parasite. Wie wenn es nicht genug gewesen wäre, aber ich töte Dr. X. Und ich habe jemanden Leben gerettet. Das fühlte sich gut. Es ist zu früh. Ich würde jetzt die Katzen beurufen. Ich will sie heute Abend sehen. Sehr schön. Katzen herbeirufen. Und es geht weiter mit dem Flussgericht. Du bist nicht. 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 Die Katzen bekomm immer, wenn ich Klavier spiele. es ist echt spät, aber interessiert mich das wirklich? Ey, ich habe überall die Fenster zugemacht. Also es ist mir auch egal. Fast überall. Nur im Gästezimmer nicht. Kann ich auch zumachen? Kann ich die Belüftung denn öffnen? Kann ich scheinbar nicht. Ähm, Entschuldigung. Katzenfutter habe ich dabei. Untersuche. Hühnchen mit Bratensauce für Katzen. Nett. Ich muss erst in die Schüsseln tun. Na, rufen Sie erst mal herbei. So, kommt ihr Katzen, kommt. Das Fenster werdet ihr nicht kommen. Aber durch die Lüftung. Ich dachte gerade, das wäre eine riesige Katze. Yay! Kitty, kitty, cat, cat. Kann aber gut spielen eigentlich, wenn sie das so gespielt hat. Es ist so lustig, wie ich hier rumrufen. Tidam, tidam, tidam. Katzen, kommt herbei. Kommt und kommt und kommt und sägt euch um. Kratzt an Türen. Komm in, meine Lieblings. Ich habe dich geklappt. Hey, kitty, katties. Drei Stück. Wer ist das? Teacup. Ich glaube, du hättest, du hättest mich nie wieder gesehen. Well, make yourselves at home. Dinner is ready to be served. Komm on, everybody. Gather around. It's time for dinner. 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 No, jetzt sind sie auf einmal auch zum Glück nicht mehr alle schwarz. Das sind meine Katzen. Ich stelle immer Futter für sie raus. Äh, die sind, wenn sie da sind. Ah, Teacup. You never eat my food, Teacup. Already had your dinner, have you? No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. The only friend in the whole fucking world. You come over to keep me company and want nothing in return. I appreciate it. You should know. If you could know what I've been through lately. I've been to hell and back, my boy. But I'm here now. In my flat. Alive. And it's still the same mess that it's always been. I'm not sure how to deal with all this anymore. Don't know if I can. I wish I could be like you. At peace with the world. Always smiling. Hoch. Someone's at the door. But who could it be so late at night? Die Polizei? Oh, das Licht ist schon aus. So. Hallo, haben Sie das Klavierspielen gehört? Ich habe aber alles zugemacht. Ich würde sagen, sie ändern sofort ihren Ton. Tut mir leid, ich wollte niemanden stören. Ich bin sorry, ich wollte niemanden stören. Some of us have to get up early for work. You think it's okay to make noise at this time of the night? Oh, come on. Don't exaggerate. I did play the piano, but only for a minute or two. Enough to wake me up? And this is not the first time either. If this happens again, you'll see Pest Control stepping in. And it won't be pretty. Ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Ich mache es nie wieder. Hauen Sie ab. Sie hässlicher Glatzkopf. Ich spreche nicht mehr mit Ihnen. Wir sind zu freundlich. Maybe you should get yourself a bloody watch then, yeah? There are other people living here, you know. People with jobs. If this happens again, you'll see Pest Control stepping in. And it won't be pretty. Okay. Fine. I'll keep it down. Good night. Dang, Katlady. They should lock her up somewhere. Fucking nutcase. Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht durchdrehen. Susan. Verflucht. Es tut mir leid, dass wir jetzt einen Zusammenbruch haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Mach nichts Unüberlegtes Dabei habe ich überall die Fenster zugemacht Verdammt Es hat trotzdem nichts gebracht Und jetzt hat es den Zusammenbruch Und läuft die ganze Zeit hin und her Verflucht Oh oh Vielleicht hätten wir ihn anschreien sollen Vielleicht hätte er uns das geholfen Oh man ey Zu mir leid Verflucht nochmal Ich habe nicht gewollt dass sie einen Zusammenbruch kriegt Dove Mikrovolle Ich bin nach dem Wasser 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 Verdammt Ach Nööööööööööööö Ich will nicht Ich will das laden Eine Kugel für Susan Test Control, da sehen wir es, wir können das leider jetzt auch nicht überspringen. Wo fährt sie jetzt hin, wird sie abgeholt oder was ist los? Warum muss immer in ihrem Leben alles schief laufen? Da geht das Licht in diesem komischen Haus an, ich weiß nicht wo wir sind. Das ist auf jeden Fall nicht Susan. Fünf Parasiten sollten es sein. Ist das der nächste? Hat der Susan umgebracht oder was? Ich versteh ihn nicht ganz. Aufgeschnitten, Gasmaske, Test Control, Magen, again. Enthaltsbilder, Autounfall. Wir haben da etwas gesehen, was wir hätten nicht sehen sollen. Ein Traum. Um nächsten Parasiten? Oh, es klopft an der Tür. Ich hoffe auch nicht, dass es nicht er wieder ist. Ich hoffe auch nicht, dass es nicht Pest Control ist. Aber was wir tun, ist jetzt mal speichern kurz. Und zwar speichern wir... Nennen es... Ja, ich nenne es nicht wütend, weil... Wegen dem Ü. So. Wird das schon vorher machen sollen. Jetzt schauen wir mal, wer das ist. Ich komme schon. Ich finde es so doof, dass wir keinen Spion haben. Wer ist das denn? Sieht ihr das? In Jung? Unsere Tochter? Ich bin sehr beschäftigt, bitte lassen Sie mich hier rein. Kenn ich Sie? Natürlich. Du erinnerst mich nicht. Mein Name ist Mitzi Hunt. Wir haben uns ein paar Tage kennengelernt. Du warst damals kalt. Die Pille, die du hatten, waren wirklich gut. Sie hatten wahrscheinlich eine zu viele, glaub ich. Ich bin sehr beschäftigt, bitte. Was behaupten Sie da? Können Sie es erwagen? Sie sind es also. Ich wusste, sie würden früher oder später auftauchen. Das ist die, die sich als Tochter ausgegeben hat. Ich hatte das Gefühl, dass du später oder später wieder aufrufst. Du wirst das Leben beschädigen. Aber ich hatte auch andere Gründe dafür. Persönliche Gründe. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Das ist, warum ich hier die letzte Nacht kam. Um zu sprechen. Warum willst du mit mir sprechen? Das macht keinen Sinn. Ich sah die ad du in die Papier hast. Es scheint, du hast eine Raum zu retten. Ah. Ich... Sie sind immer noch das? Es war schon seit Monaten. Niemand fragt. Ich habe alles vergessen. Ich vergesst auf es. Ich vergesst auf es, eigentlich. Ich würde gerne sein. Aber... Du hast die Raum und ich habe die Geld. Das funktioniert für uns beide? Ich bin sehr tidy. Ich mache nicht vieles Geräusch. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit in der Biste. Ich werde dir das. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Zeit. Ich habe dich. Aber ich habe. Ich habe. Thomas, ich werde dir deinen Raum geben. Du wirst nicht wissen, dass ich halb der Zeit hier bin. Was denkst du? Haben wir einen Deal? Ich glaube, ich könnte mit etwas extra Geld machen, aber... Great! Kann ich in? Dieses Gästezimmer ist ziemlich mies, das sollten sie wissen. Wie sind sie in der Nacht hier hereingekommen? Ich bin sicher, ich habe... abgeschlossen. Das... Warte, kannst du sogar Geld für das Zimmer achten? Well... Hä? Okay, ich werde dir sagen. Du magst es wahrscheinlich nicht, aber ich werde dir sagen. Ich habe den Locken gekauft. Du hast was? Was? Ich verstehe. Ich verstehe. Du hast es ein paar Sachen in den Lockpick. Sie sind sehr günstig. Sie sind sehr günstig. Sie sind selbst gemacht. Es ist jetzt nur das Ding, das mich erinnert. Ich verstehe. Aber du wirst, wie dein Vater eigentlich ein Burglar war, nicht ein Locksmith. Es ist nicht mehr wichtig. Ich glaube, es ist nicht. Aber was hat dich eine Idee, dass du das Lock auf meine Front Door kannst warst? Ja. 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 Ich verstehe. 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 Ich habe mich nicht mehr auf die Frage zu vermeiden. Ich wusste nicht, was anderes zu sagen. Das war eine einfache Option. Insofern hätte sie mich nicht mit dir in die Ambulanz kommen lassen. Und ich wollte, ob du es geschafft hast. Das ist nicht so. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe nur noch ein paar Wochen. Alles ist besser, als das, was ich gerade gesehen habe. Was ist? Ich slept bei der Bahnstation letzte Nacht. Der Mann dort spricht drinnen. Du solltest ihn sehen. Warte. Kannst du sogar Renten für das Zimmer? Ja. Ich verstehe dir das für zwei Monate in der Arbeit. Mit Vans? Geld ist kein Problem. Warum nicht zu einem Hotel gehen? Ich liebe Hotels. Mehr als die Fahrradstationen. Mit hauslösen Feindler und Raten. Robby? Oh nein, er ist cool. Er ist okay. Und er hat die Raten weggebracht. Ja, ich fand auch den nicht so schlimm, wenn jemand mit Raten reden kann. Ist doch cool. Ich verstehe. Warum? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin sicher, dass du deine Gedanken verändern kannst, wenn du es sehen kannst. Ich bin sicher, dass du deine Gedanken verändern kannst. Wenn du es sehen kannst. Ich liebe es. Und ich bin sicher, es ist nicht so bad wie du es sehen kannst. Die window ist stuck. Und es ist gut. Es ist gut. Ich liebe fresh air. Es gibt alles in überall. Es hat einen lustigen Schmuck. Ich habe etwas Joss-Sticks, um es zu füllen. Ich liebe Joss-Sticks. Okay. Ich verabschiede mich. Seid mich. Du kannst es für dich selbst sehen, wenn du so stark bist. Ja. Und dann. Aber... Und dann wie hoch? Leiten wir doch mal die Gute zum Zimmer. Kommt sie uns nach? Gut. So. Aber bevor wir sie reinlassen, wendige ich diese Folge. Und ich werde mal kurz reinschauen, wie sich das anders ausspielen lassen würde, wenn wir, also was anders wäre, wenn wir keinen Zusammenbruch haben. Ich würde das nur mal kurz sehen. Und dann springen wir wieder zurück zu dieser Stelle, deswegen speichere ich jetzt nochmal. Speichern, wir nennen es, ja, wir bleiben bei wütend. Ich glaube, da habe ich das ja auch gespeichert gehabt. Speichern, speichern, wütend. So, gespeichert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, bei der Cat Lady. Bis dahin, cheerio!